Neben den rot-weißen Super-Ilo-Luftballons fiel ein Sponsor auf, der sich sozusagen im Partnerlook präsentierte. Die Super-Ilo und Vodafone sind schon seit längerem starker Partner. Beide sind starke Marken hier in der Region im Osten. Vodafone ist deutlicher Marktführer, die Super-Ilo ist das auch. Deshalb haben wir eine gute Partnerschaft miteinander vereinbart. Und von dieser Partnerschaft profitieren auch die Besucher des Familienfestes. Besonders beliebt... Das ist unser Glücksrad. Das bedeutet, wenn Sie jetzt am Rad gedreht haben und beispielsweise auf ein Vodafone-Logo kommen sollten, dann gewinnen Sie eine Caller-Karte. Doch die Chance auf einen Gewinn war nicht das Einzige, was die Menschen an den Vodafone-Stand lockte. Und zwar haben wir einen Formel-1-Simulator, der hier unweit steht hinter mir und den auch viele Leute in Anspruch nehmen, um dort Rekordzeiten zu fahren, um dann auch einen schönen Preis zu gewinnen. Doch bei einem runden Geburtstag geht es natürlich nicht nur ums Gewinnen, sondern ums Spaß haben und ums Feiern. Herzlichen Glückwunsch Super-Ilo für 20 Jahre. Habt ihr gut gemacht. Macht weiter so.